Hi meine kleinen Yoshikas und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ist es wieder ein FMA und heute mit dem lieben Escalor. Und das ist auch das letzte Video vor diesem Hintergrund oder mit diesem Equipment vom Stall her, weil ich ein Stallumbau-Video mache und da werde ich dann auch alles genau zeigen und so. Aber auf jeden Fall nehme ich mich heute mit, wie ich mit Escalor trainiere. Heute werde ich ein bisschen Gymnastiksprünge und sowas machen, also nicht zu hoch. Ich denke, ihr wisst, was ich meine und auf jeden Fall würde ich das gerne heute mal mit ihm ausprobieren. Das habe ich bis jetzt mit ihm noch nicht gemacht. Aber ich hoffe, es gefällt euch einfach mal und würde ich sagen, wir fangen gleich an. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.